Willkommen. Heute möchte ich Ihnen einen Blick auf die Progresse, die wir auf Quests gemacht haben, als wir unsere 2025-Release-Go. In diesem Video werden wir zwei Side-Quests preisieren. Fingers auf dem Mountain und Killing-Fields. Oh, Fingers auf dem Mountain haben wir gespielt. Wir suchen immer mehr Volontäre, um das Projekt zu ermöglichen, und es in Ihre Hand zu bringen, so schnell wie möglich. Wenn Sie denken, Sie können helfen, bitte uns eine Applikation auf www.skyblivion.com Los, los ihr alle, ihr habt was zu tun. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut die Skyrim-Engine dann doch aussieht, wenn man sie einfach mal, oder wie soll ich das ausdrücken, wenn man einfach mal ein bisschen Farbe auf sie wirft. Denn das tut diese Oblivion-Conversion hier offensichtlich. Eine ganze Menge Farbe auf sie werfen. Vulkanglasrüstung dort mag ich vom Look. Auch wenn es natürlich die Vulkanglasrüstung... Ich meine, es soll ja Oblivion sein, schon okay. Ich mochte das Vulkanglasrüstung-Design in Oblivion nie. Das ist so ein bisschen Plastik. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jemals in Oblivion eine funktionierende Mühle gesehen habe, denn da hinten steht einer. Ich werde mal ganz stumpf gucken, ob es Untertitel gibt. Englisch automatisch erzeugt. Wir nehmen die mal. Ne, es muss ein Name gewesen sein. Er hat nicht gesagt, wir sprechen mit Tigern. Das wäre random. Boah, das ist Koroll. Mit diesem ikonischen Baum in der Mitte dieses runden Platzes. Den Gildehallen drumherum. Und ich bin irgendwie ein Fan davon, wie soft diese ganze Grafik aussieht. Den Baum kenn ich! Ah, wir werden Dialoge sehen. Dialoge in Oblivion mit dem dramatischen Zoom sind ja immer was besonderes. Und es gibt keinen... Keinen dramatischen Zoom. Ich sehe jetzt da nur das Gesprächstopic Recommendation. Ich frage mich, ob das für die Präsentation hier runtergekürzt ist. Was? Den Dialog finde ich jetzt nicht so interessant. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube diese, diese Flaggen, die man da leicht schwingen hat, sehen im Innenraum. Ich glaube, das tun sie im Original auch nicht. Dieses Wobbeln genau. Ich finde es erstaunlich, wie schnell man dem... ...Leben... ...einhauchen kann. Es ist eine kleine Sache, mit dem du kannst du helfen kannst. Es ist nichts wert, dass du in deinem Gilde enthalten kannst, ich versuche dir. Es ist besser, dass es nur zwischen uns und uns gehalten hat. Also, was sagst du? Excellent! Es ist wirklich eine einfache Aufgabe. Alles, was du tun musst, ist, ein Buch für mich. Das Buch ist entzündet, Fingers of the Mountain. Es ist kein Wunsch für dich. Du kannst es nicht lesen. Ich kann aber auch, und würde sehr viel lieben. Ich bin gerade ein bisschen geflasht davon, wie allein diese Tatsache, dass dieser dramatische Zoom und die komischen Gesichtsanimationen nicht mehr sind... ...ähhh... Es ist viel einfacher machen, das ernst zu nehmen. ... 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 Ich glaube, der Grund ist, dass in Skyrim die Männer und... ... ... ... ... Frauen generell, sie haben ein Körpermodell. Egal wie das Gesicht aussieht, egal welche Farbe das Gesicht hat. Ich glaube die Körper sind einfach gleich und das ist... Ich weiß gar nicht, ob das etwas ist, das so leicht los wird. Das ist eine Gesichtsmaske, das muss so. Hat dann nicht sehr geholfen. Die Untertitel sind ein bisschen schwierig. Ich finde es ganz cool, dass diese Quest hier geshowcased wird, weil es gibt da diesen relativ coolen, auch schon in Oblivion. Cool aussehen, ne? Weg nach oben auf dem Berg. Ach ja. Bandit! Das ist natürlich das coole, weil wenn es etwas gibt, das mir in Oblivion nicht so gefällt. Ähm, dann ist das mitunter halt auch das Kampfsystem und einige Details in die Richtung und das Rollenspielsystem mit den mitskalierenden Gegnern und so. Und äh... Kann mir das Ganze so gut vorstellen in Skyrim Engine. Ja. Alter. 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 Also, dass du das Buch an Irana zurückkommst. Oder dass du das Buch an Irana zurückkommst. Für die große Rewardung, die sie uns ermöglicht. Bring! Es sieht schon schön aus, diese Weitsicht und es wirkt so viel weiter wegen dem Nebel in der Ferne auch ein bisschen. Und... Ähm... Du dürftest es spielen können. Sofern du halt die beiden Originalspiele hast. Ich glaube, mehr kostenfrei ist das Wort, das ich suche. Ähm... Glaub mir, die habe ich. Ich kenne dieses Gefühl. Ich habe die auch mehrmals, Skyrim mehrmals, äh, Oblivion mehrmals auf den unterschiedlichsten Plattformen. Make it quick. Make it quick. Hat er gesagt. Du hast das Buch gefunden? Meine信 in dir war gut. Es scheint. Hand es über, bitte. True to our word, wir haben das Buch zurückgebracht. Ah, ja. Das ist wirklich das Buch richtig. Du hast es nicht able zu öffnen, ich glaube. Dann ist alles gut. Du hast sich gewohnt von der Guilden. Und für das, ich danke dir. Du hast die Recomendation, die du brauchen. Jetzt muss ich sicher sein, dass dieses Buch sicher ist. Entschuldigung. Also... Die letzten Punkte schon. Das sind ja so gewollte Sachen. NPCs dir gegen Wände rennen, das weiß ich nicht. Was? Du hast ihm das Buch gegeben? Was warst du da? Ja, ich dachte, was, wenn du die Guildmajörer eigentlich ein Gehirn haben? Ja, okay, okay. Wir können damit dealen. Du musst es zurückkommen, das ist alles. Du bist in der Guilden, nicht wahr? Du solltest du direkt gehen, finden sie und nehmen sie. Und wenn du nicht, dann gehen sie in. Ich will das Buch. Bring es zu mir, wenn du es hast. Ich werde dir das Rewarden geben, ich versuche. Despite deine incompetence. Jetzt gehen! Natürlich, du kannst. Was, 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 was haben die Untertitel rausgemacht? Ich werde dir zurück von der Guilden, die du gegründet hast. Ohohoho. Uh, das ist, das ist was, das will man üblicherweise nicht machen. Das ist was, da hat man wirklich keinen Bock drauf. Schwierig. Mein Lord, wir sind in der Guilden. Okay, weiter. Ich wusste übrigens nicht, dass man das Buch danach nochmal zurückstehlen kann. Fingers of the Mountain. Zu welch großartigem Zeug komme ich denn hier? Hallo Brain Freeze. Wir schauen uns eine Total Conversion an von, äh, Oblivion auf die Skyrim Engine, die 2025 erscheinen soll. Und es sieht alles so viel schöner und spielbarer aus, um ehrlich zu sein. Gleichzeitig finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass die Albernheit von Oblivion flöten geht. Also ich meine, das ist was man will. Aber wir konnten mit dieser Albernheit sehr viel Spaß haben. Das stimmt, Xeros. Das stimmt, Xeros. Ja, das meine ich, es ist so erstaunlich. Man nimmt die Skyrim Engine und man wirft einfach Farbe drauf und es sieht gut aus. Und mein Gott sieht es gut aus, auch jetzt gerade mit dieser Abendstimmung. Bin ein Fan. Finger des Berges. Ein ziemlich cooler Zauberspruch. Ja, das ist halt der Punkt. Seit 2012, also praktisch seit dem Release des originalen, äh, Skyrims damals, ein Jahr später, ähm, wird hier dran gearbeitet. Einfach ein freiwilliges Fanprojekt. Und, äh, bei Skywind, praktisch dasselbe nur für Morrowind, äh, sieht es ja auch nicht anders aus. Aber da haben wir halt kein Release-Datum oder so und das schon sehr lange. Das sieht auch sehr cool aus, aber hieran finde ich halt so krass, einfach mal klar zu sagen, ey, wir haben einen geplanten Release. Äh, Killing Fields. Das ist die... Ich lass den Sprecher erzählen, welche Quest das ist. Das gab's aber bei jedem neuen Elder Scrolls-Teil, das läuft. Wenn die Leute den Vorgänger darauf remasteren wollten. Alright, es may no no more. Ja, wissen die immer. Aber wenn es außerhalb der Stadt war, ist es immer noch ein Faxus-Teil. Sie erwähnen, dass ich mit ihnen gehen, aber ich... Ich glaube, in mein Zeitpunkt, ich bin nicht der Warrior, als ich früher war. Würdest du... Würdest du gehen in mein Platz? Somehow... Ich weiß, dass du das richtig machen würdest. Ich sollte sie treffen, bei Weinen und Priory. Du solltest, was du brauchst jetzt, damit du da bist. Ich... Ich brauche einen Drink, um meine Nerven zu halten. Bitte, entschuldige mich. Das ist eine gute Frage. Was ist da passiert? Was war... Ist das ein Detail, das es im Original schon gab? Und wenn es das ist... Was ist passiert? Wenn auch das Bild im Hintergrund... Warte mal. Nee, das ist nicht Riverwood, oder? Wieso sehe ich darin Riverwood? Das ist ein bisschen hier so das Eingangsgebäude. Dann ist hier die Schmiede und hier die... Nein. Das ist nicht Riverwood. Aber die... Die Ähnlichkeit ist da, oder? Ich werde jetzt ein bisschen verrückt, diese ganzen Windmühlen. Warum sind sie mir im Original nie aufgefallen? Sind die künstlerisch neu hinzugefügt worden, oder? Das ist crazy. Transcended Manhood... Er ist zum Gott geworden. Er hat eine Apotheose hinter sich. Ich habe Angst, dass ich keine Zeit für kleine Gespräche habe. Ich warte auf meinen Vater, Valis Odile. Habt ihr ihn in der Stadt gesehen? Er kommt nicht mit uns? Ich denke, ich verstehe. Und es ist besser, dass er sicher bleibt. Aber ich wundere, warum er dich gefragt hat, dass er seinen Platz hat. Ihr würdet uns mit uns, obwohl ihr keine persönliche Stärke in diesem Kampf habt? Hm. Ein honorarvolles Verhältnis. Ich bekomme glücklich deine Hilfe dann. Es ist kein Punkt, dass hier noch länger warten. Seid mich! Ein Kampf! Wir werden einen Kampf beobachten. Ich habe keine Ahnung, was Rigmor of Cyrodiil ist. Der Karm hat bessere Tage gesehen. Lass uns mit den Brüdern mit den Brüdern und vorbereiten uns für die Kriege. Genau, es ist optional. Es gibt mehrere Wege, wie diese Quest hier ausgehen kann. Antis, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Los geht's! Okay, ich nehme das übrigens zurück, als ich eben meinte, es nimmt immer ein bisschen das Alberne. Wenn man sich das hier mit in echt mal vorstellt. Bleib fokussiert. Schau deine Beine und schau dich! Das ist schon ein bisschen Alba. Are you ready? Yeah, I'm ready. Let's go! Let's go! Uh, Goblin Kämpfe. Hallo, Günter Rinsky! Die Untertitel halluzinieren sich irgendwas zusammen gerade. Also nicht wundern. Boah, es hat schon was. Ich bin gerade am überlegen, aber ich glaube, Goblins und Skyrim gibt's gar nicht als Gegnertypen. Wir haben hier zumindest neu. Er hat schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die stärker waren. Ach so. Ja, das haben erstaunlich viele Leute immer, ne? Die Goblin Krieg Mechanik. Oh mein Gott, die Goblin Krieg Mechanik. Irgendwas sagt mir das. Ich nehm's zurück, das Spiel behält ein bisschen seine Albernheit und das ist gut. Wie wunderbar. Meine Kinder sind sicher. Oh, danke. Danke so viel, dass sie mit ihnen zusammenhalten und einen schuldigen alten Mann zu helfen. Bitte, mach das. Ich werde es nicht mehr brauchen. Meine Wettbewerden sind vorbei. Jetzt kriegt er diese Eisklinge, müsste das sein. Dieses blaue Vulkanglaswaffe. Das ist cool, Hans. Das ist ein Schlamm. Das ist kein Schlamm. Das ist eine der größten Augenkrabben von Oblivion. Aber die Waffe hast du doch trotzdem. Du Hund! Das ist so cool, diese verschiedenen, unterschiedlichen Varianten, wie diese Quest ausgehen kann und dass sich halt ein Stück der Spielwelt dann entsprechend anpasst. Was ich mich gerade frage ist, ob das im Original Oblivion auch so war. Und wenn ja, finde ich es voll schade, dass mir das nie aufgefallen ist. Also ich traue dem Spiel zu, dass es das als Konsequenz dann tut. Ich finde es nur fast schade, dass sich dieses Detail vor mir verborgen hat. Und da war es vorgegeben, ja, aber warte mal, die Brüder konnten doch trotzdem sterben. Ich weiß, dass das passieren konnte. Zumindest die verschiedenen Enden, wo du bei einem Ende Chilrent bekommst und beim anderen nicht. Das muss es im Original gegeben haben. Ich bin mir nur gerade unsicher bei der Zukunft der Farmen sozusagen. äh, den Grabstein-Details. Alter, was? Das ist die Kaiserstadt. Wie gut sieht denn... Wie gut sieht denn die Kaiserstadt aus? Das soll ja auch gut sein. Ich danke dir für deine continueden Unterstützung, als wir unsere 2025-release-Target kommen. Bleib auf, bis später in diesem Jahr, wenn wir mehr Insight in unsere heutige Progresse, und was Progresse bleibt, als wir das letzte Jahr der Entwicklung kommen. Es ist eine dumme Beobachtung, aber wer auch immer das hier geschnitten hat, ich liebe halt, wie dieses Schild den Impact von einem Schwein abfängt. An derselben Stelle der nächsten Szene. Ich liebe solche Details. Wer auch immer das hier geschnitten hat, wusste, was er tut. ähm, ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gehypt auf, äh, den Release, der angekündigt ist. Anders als bei gewissen anderen, anderen Mods dieser Art. Alter, das, das Merchant der, der beiden Schrift, äh, der beiden Logos sozusagen, ist richtig cool. 2025, das wird ein cooles Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020